Wunderschönen Tag liebe Leute, herzlich willkommen in einem neuen Let's Play und ich habe mich trotzdem doch jetzt nochmal durchgerungen, mal die Slenderman Spiele durchzuspielen und man sieht schon, ah come my head, it hurts, the throbbing, pain, please make it stop. Ich wusste ja nicht genau, ob ich nun die Slenderman Spiele durchspielen werde, jetzt werde ich es aber doch tun, mir geht so die Pumpe gerade schon wieder, ah, ich fange auf jeden Fall jetzt an mit Slenderman, Shadows und Seven Streets, wie man sieht, in der Hoffnung, weil die Seven Streets tatsächlich am besten, bisher am besten, die am gelungenste, Map finde, mein Deutsch ist schon wieder so scheiße, abgesehen von Prison, die finde ich nochmal ein bisschen besser, aber am erfolgreichsten war ich tatsächlich, am erfolgreichsten war ich tatsächlich bei der Seven Street und ich fange jetzt einfach mal an, ich mache das Licht einfach nochmal kurz aus und einfach mal kurz durch. Und, ähm, Seven Streets ist bis jetzt die einzige Map, wo ich tatsächlich einmal sieben von acht gehabt habe. Und, ähm, mal sehen, ob ich das hier heute wieder schaffen kann, wobei ich glaube, dass das wieder mal nicht passieren wird, weil ich ja gerade ein Let's Play aufnehme, da werde ich ja wahrscheinlich noch nicht mal eine Seite finden. Ah, Leute, war das Dunkel gerade, auch und, Leute, oh, äh, lalalalalala. War hier nicht irgendwo schon die erste Seite? Nee, ich glaube nicht. Ähm. Ja. Oh Gott, hab ich Herzklopfen, Alter, hab ich eine Gänsehaut gerade. Oh, und die erste Seite und, ja. Always Watches. Möge der Terror beginnen. Oh Gott. Leute. Mimimi. Man sollte sich ja eigentlich gar nicht umdrehen bei den Spielen. Ich weiß aber, ach, ich mache es irgendwie aus Reflex immer. Das Fiese war beim letzten Mal, als ich dieses Spiel gespielt habe. Das einfach mal so dreckig hinter mich gespawnt ist, als ich die siebte Seite hatte und ich nicht mehr wegrennen konnte. Das war es dann auch für das Spiel. Oh, die nächste Seite. Don't stare. Ja, don't stare. Ich weiß gar nicht, ob wie viele Seiten er hier kommt. Ich glaube, ab zwei Seiten schon, oder? Oh Gott, was ich nicht alles für euch mache, Leute. Ich würde dieses Spiel eigentlich schon gar nicht mehr spielen, wenn es nicht für ein Let's Play wäre. Und vor allen Dingen würde ich es gar nicht so mutig spielen, wenn es nicht für ein Let's Play wäre. Normalerweise drehe ich mich eigentlich gar nicht um. Oh Gott! Renn, 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 renn. Oh, scheiße. Ich wusste, dass er schon da ist. Oh Mann. Und dahin ist eine Seite, verdammt. Ich muss da hin. Da ist eine Seite. Aber ist er dann noch da? Ich glaube, er ist weg. Ich gehe einfach mal kurz im Block rum. Oh. Gott, das war der erste Schreck für heute. Danke. Mehr brauche ich dann auch nicht mehr. Puh. Oh Leute, mir geht die Pumpe. Das ist nicht mehr feierlich, ey. Ich habe jetzt vor Schreck schon die ETHS nicht mehr, die VETS ist nicht mehr gefunden zum Rennen. Oh Gott, gib mir die Pumpe. Slenderman, oh Slenderman. Ich finde tatsächlich den Slenderman-Song total cool. Ohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohoho da hinten war die seite du kleine schlampe slender auch gott ja natürlich ich gehe ja schon ich gehe ja schon ich bin ja schon lalala die spielseite oh ja und sie ist außer atem ich bin außer atem ich kann nicht mehr die spielseite länden dieser huren bastard wieso lässt er mich nicht zu der seite wenn du die seite da haben ich habe erst zwei ich brauche noch sechs war da eine seite war da eine seite oder nein ich glaube nicht oder ich weiß es nicht ich weiß auch gar nicht wie viele versuche ich machen werde weil ich ja noch die anderen slendermen spiele habe oh da ist eine seite da ist eine seite da ist eine seite weil ich ja noch die anderen slendermen spiele habe ja das beruhigt mich nicht wirklich ich gucke ich drehe mich nicht um ich drehe mich nicht um vergiss es dass ich mich nicht um ab der dritten seite drehe ich mich doch nicht mehr um seid ihr denn total bescheuert ich wusste es ich wusste es ich wusste es doch ich wusste es doch dass er da steht ich kenne doch mein zimmern ich kenne ihn doch ich wusste es mann e oh Gott ist sehr aggressiv dass sie schon über die Zinnen Rösses sind doch Gott das steht er jetzt schon wieder Schnellen Lund Pubs Gesicht Schießt mich tut das nicht in Ruhe wo soll ich dann lang gehen wo soll ich lang wo soll ich lang Wohohoohu Entscheidung gefallen ich gehe hier lang oh nein das ist hier jetzt kein Sack aus oder das ist hier jetzt keine Sack aus heute hier war ich doch schon, oder? fuck! 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 Ich hatte das Gefühl, dass die so langsam nicht mehr rennen kann, oder? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, da ist er ja schon wieder. Lass mich in Ruhe! Mann ey! Immer diese anhänglichen Stalker, es ist so furchtbar. Jetzt weiß ich, wie sich irgendwie so ein Star fühlt, muss man da die ganze Zeit irgendwie so ein Stalker um sich rum hat. Meine Güte, ey. Slenderman, Slenderman, hm 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 hm. Jetzt steh er jetzt nicht um die Ecke, steh er jetzt nicht um die Ecke. Oh, hier war ich doch auch schon. Menno, finuhinihü, hanahinihi, hanahanaha, hanahonohu. Hanahonahana, hanahe. Am schlimmsten von allen Slenderman-Maps finde ich ja immer noch Claustrophobia. Huhuhuhuhu. Huhuhuhu. Huhuhuhuhu. Huhuhuhu. Huhuhuhu. Huhuhu. Huhuhuhu. Huhuhu. Alles ist gut. Alles prima. Alles toll. Alles Tuti. Nein, nicht ist Tuti. Nein, gar nicht ist Tuti. Wo war ich grade? das so ja um und sind aber jetzt lasst mich doch mal in Ruhe am schlimmsten am schlimmsten finde ich immer noch claustrophobia da hab ich auch immer am meisten abgekackt ich glaube ich werde wohl niemals diese ganzen durchschaffen weil ich glaube es ist einfach nicht zu machen okay jetzt da wirkt es, der kommt jetzt irgendwo anders was die Kthat the Kthat the Kthat the Kthat the Kthat the Kthat the Kata die jetzt hätte ich auch nicht so ich will zu Americas müsste es sein die doch das steht der Schwierbund und das ist doch einfach in Ruhe dass sie sich doch einfach in Ruhe die Spiegel die Spiegel die Spiegelungen sie ist k Vtf. 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 Ja, ich will noch mal. Ja, 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 ja? Tut sich nichts. Continue y für ja. Oder ist z? Ah, z. Okay, ja. Englisch und deutsche Tastenbelegung. Alles klar. Oh, my head, it hurts. Ja, mein Kopf tut auch weh. The throbbing pain. Please make it stop. Sorry. Ja, ja. Warum kam der denn auf einmal? Manu. Das war voll fies, das war voll gemein. Ich hatte nur drei Seiten. Ich hab wirklich mal sieben Seiten geschafft. Aber jetzt nicht mehr. Slendermans Böse. Und jetzt Lade. Boah, Alter, ich krieg Gänsehaut. Ja, sponsored by Whiteboy7. Oder so ähnlich. Project Lead, Mark Steen, Environment Artist, Ray British. Das sind die ganzen Schuldigen, die uns diese Scheiße eingebaut haben. Ja. Aha. Mhm. Bedankt euch bei Mark Steen. Und in ungefähr, also heute sind es zwölf Tage, je nachdem wann ich es hochlade, so circa zehn bis zwölf Tagen, kommt in die nächste Map von den Slenderman Shadow. Und zwar, die nächste Map ist dann Karneval und das Secret Project. Und ja, das kommt also in ungefähr zehn bis zwölf Tagen raus. Äh, jetzt geh schon, jetzt fang nicht an zu lecken hier. Sonst lege ich gleich mal mit. Äh, lala. Ich glaube, ich müsste mal irgendetwas anderes Programm benutzen, noch nicht mehr Frams. Ich glaube, ich gehe jetzt mal zu der Seite dahin, weil jetzt kann er sie noch nicht mehr so befachen wie eben. Der hat stur auf dieser Seite gestanden, vor allem. Ja, er steht auf Seiten. Boah, weh, du bist jetzt direkt hinter mir, Alter. Ja, ich schwöre, ich hau dir den Kopf ab. Takes over your mind. Ja. Hm. 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 Warum ist eigentlich kein Mensch hier? Das ist so die Frage, die ich mir stelle. Eine komplette Stadtteil, völlig unbewohnt. Sowas verstehe ich einfach nie. Don't stare, ja. Ja, ich starre ihn noch schon gar nicht an, aber trotzdem. Hm. Hallo? Oh, 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 oh. Das war mir so klar, dass er da steht. Das war jedes Mal so, wenn ich das hier... Oh, 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 oh. Da, 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 da. Gewiefde Leute... Äh, merken sich ja immer, wo die Saiten sind. Bedeutet, dass sie dann auch, ähm, das Ding auch mal durchspielen können. Aber ehrlich gesagt würde ich das Spiel gar nicht so oft spielen, dass ich mir die Saiten merken kann, wo sie sind. Äh, ich laufe im Kreis. Verfickte Scheiße. Okay, er ist nicht da. Das heißt, ich kann da mal eben vorbeiruschen. Wenn er jetzt auf der offenen Straße steht, ist das ja nur nicht so schlimm. Aber wenn er in diesen verwinkelten Gassen steht, wird es schon extrem fies. Steht er da schon? Ist er das? Ja, das ist er. Lauf, Schlampe. Lauf. Leading me the way to the pages. Oh Gott, er kommt näher. Oh Gott, 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 oh Gott. Alles ist gut, alles ist gut. ich will nur die Seite haben, alles ist gut, 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 alles ist fein, alles ist gut. Ich gehe jetzt einfach mal weiter auf der Straße, weil ich fühle mich hier dann doch ein bisschen sicherer auf der Straße als in dieser komischen dunklen Gassen. Oh, ich will die Seite haben, 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 ich will die Seite, ich will die Seite haben, 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 füge das ist noch ein slowest KMG 555 der Seite für die Seite für die Seite denn sich die Wand an fünf Seiten was ich habe hier noch mal einen Rekord von 7 7 Seiten und jetzt kommt die Städte Musik ich drehe mich nicht ich drehe mich nicht 好了 ich fremd ich nicht um ich drehen mich nicht um ich drehe mich nicht um Nein, vergisst es, ich dreh mich nicht um, nein, nanana, lalala, ich dreh mich nicht um, ich dreh mich nicht um und ich bleib auf der Straße, ich bleib immer auf der Straße stehen, lauf auf der Straße, ist mir egal, I don't care, ob ein Auto kommt, es kommen sowieso keine Autos mehr auf dieser gottverlassenen Straße, warum, wieso, weshalb und warum, ich will gar nicht wissen, was der Typ hier, was diese Typin hier verbrochen hat, dass ich sie alleine im komplett verlassenen Stadtbezirk, umlaufen lassen muss wahrscheinlich irgendwie kleine, was weiß ich, Kinder aufgefressen oder sowas, oh Gott, die Gänsehaut, die hört nicht auf,ама, ich will irgendwie gar nicht mehr so wirklich die seitengassen eingehen ich will nicht dein freund sein du stinkst du bist hässlich lass mich in ruhe warum gehe ich jetzt aus diesem dunklen gang rein ist hier eine seite hallo und hör auf zu lenken bitte eine seite eine seite jawohl jawohl sechs seiten sechs seiten sechs seiten sechs seiten komm schon baby komm schon baby komm schon baby zwei seiten die kriege ich noch die kriege ich die kriege ich die kriege ich alter die kriege ich ich krieg die seiten ohne seite ich krieg die seiten ich krieg die seiten ich will die seiten haben also kriege ich auch die seiten die kriege ich die kriege ich es ist egal ob ich gerade alles 50 mal sagt alter spielt das landsAY wo wie war es warum weshalb ist solche mus غ deberin nun nein 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 nein�들 ist bestimmt direkt hinter mir oder einen in mutigen bin ich droht als Sechs Seiten! Yay! Persönlicher Rekord war ein 7 von 8, 6 von 8. Ich habe auch keine Lust, es nochmal zu versuchen, da ich noch die anderen Slendermit-Spiele vor mir habe. Mi, mi, mi! Alter, Leute, mir geht so die Pumpe gerade. Oh! Oh! Hat es eigentlich irgendjemand schon mal geschafft, alle 8 Seiten zu sammeln? Wenn ja, wäre es nett, mal einen Kommentar zu geben. Auch eine Video-Antwort-Video-Kommentar wäre super, wenn ich mal irgendwann herausgefunden habe, wie man diese Videokommentare freischaltet. Ich habe es nämlich immer noch nicht herausgefunden. Wenn ihr dazu eine Lösung habt, dann schreibt es doch auch mal in die Kommentare, wie das funktioniert. Ansonsten, oh! Ich brauche jetzt mal was zu trinken. Am besten schnappst du da sowas. Total betrunken, dieses Spielspielen. Wäre da auch mal eine Idee. Na, was soll's. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bleibt weiter gespannt auf die nächsten LPs. Es kommen noch ganz viele andere Spiele. Freue dich schon mal darauf, mich wieder kreischen zu... Ich sollte meine Klappe halten. Es kommt nichts vernünftig zu mehr raus. Es kommt kein vernünftiger Ersatz mehr raus. Deswegen sage ich jetzt einfach Tschüssikowski. Danke fürs Zusehen. Haut's ihr rein. Macht es gut.